Ich weiß nicht, was du hören willst, mein Gott. Der Schiller-Pin ist automatisch, ja. Sobald du den erhältst, zack, ist er aktiviert. Ja, wäre schön, wenn man den ausschalten könnte. Und wieder anschalten, damit er funktioniert. Aber es geht dir leider nicht. 641, meine Güte. Umels, komm! Komm on! Wie jemand in Skype, komm on! Im Moment mache ich keinen Wi-Fi-Kampf. Nein, ich meinte nicht, come on! Hm. Paragoni, hallo! Jetzt geht's wieder los, ey. Come on, come back! Was noch? Komm her! Come here! Weißt du, du sagst selber, öh, nicht so unanständig hier, aber fängst direkt selber davon an. Alles klar, Despo. Ist okay. Finde ich klasse! Oh! 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 Piko, ist ich hab Synchro benutzt, damit ich ein hartes Wesen kriege und was ist es sacht. Aber oh, aber es prügelt sich gerne. Ein sich prügelndes ein sich gerne prügelndes Bummels. Nice. Und ich würde jetzt nochmal sagen, wir checken mal ganz, ganz eben die DVs ab. Fliegen wir mit Tricke Fahlo. Ich mein, wer fliegt schon mit Tricke Fahlo? Hm, Kampfresort. Boah. Alter. Sacht und prügelt sich gerne. So. Okay. Dann gucken wir mal. Wa... Weit über dem Durchschnitt. Angriff und Initial... Ein kleiner Sweeper. Das ist ein kleiner Sweeper. Nice. Hallo Schwester Joy. Das Üb... Oh ja, das Übliche. So. Tja. Was wollen wir jetzt machen? das ist irgendwie kein Problem.